Und jetzt freue ich mich, dass Fabian irgendwie schon in diesem Universum angekommen ist, denn ich möchte mit Fabian Scheidler einen doppelten Salto wagen. Fabian ist Dramaturg, hat lange Jahre am Grippstheater in Berlin gearbeitet. Kennengelernt habe ich ihn bei Attac, weil er da auch ganz, ganz viel eingebracht hat. Er hat außerdem Context TV gegründet und ist als Autor bekannt und auch immer wieder als Referent unterwegs. Zum Beispiel hat er das Buch Die Megamaschine verfasst, das kennen viele. Und auch eine Oper hat er den ganzen Text für geschrieben, zum Tod eines Bankers. Ich habe mit Fabian ein ganz tolles Projekt gemacht bei Attac und doppelter Salto ein bisschen, weil wir machen jetzt mit euch allen einen Sprung zurück um zwölf Jahre in die Finanzkrise. Eine Situation, wo Attac schon einmal erlebt hat, dass es verdammt blöd sein kann, dass eine Krise eintritt, die eigentlich genau all das zeigt, wovor Attac gewarnt hat und es trotzdem verdammt schwer ist, in diesem Moment das Ruder rumzureißen, in diesem Moment gesehen zu werden, gehört zu werden. Und die Alternativprojekte und die Alternativvorschläge, die da sind, umzusetzen. Wir machen einen Purzelbaum rückwärts in die Finanzkrise. Im Jahr 2008 ist sie bei uns massiv angekommen und im Jahr 2009, Anfang 2009, entstand da ein Projekt. Und das war damals schon eine Reise in die Zukunft. Eine kleine Reise, aber das möchte ich gern mit euch und mit Fabian angucken. Hallo Fabian, hörst du mich jetzt schon? Ja, sehr gegrüßt. Super, sehr gut. Genau, habe ich eben schon gesagt. Finanzkrise überall. Und dann kam ein, ich glaube, es war dann ein Samstag im Frühling 2009. Über 50 Attac-Gruppen waren bereit. Über 50 Attac-Gruppen haben in ihren Innenstädten Veranstaltungen angemeldet, waren startklar, um eine Zeitung zu verteilen. Sie wussten zu dem Zeitpunkt noch nicht, was für eine Zeitung sie verteilen würden. Sie waren aber voller Entschlossenheit. Und Fabian, was war das für eine Zeitung? Was war das für ein Konzept? Was haben die dann hinterher hunderttausendfach verteilt? Ja, es war eine Zeitung aus der Zukunft, vordatiert im Jahr 2009 auf den 1. Mai 2010. Das war inspiriert von den Yes-Men, die die New York Times kurz zuvor gekapert hatten mit guten Nachrichten aus der Zukunft. Irak, Krieg beendet und vieles mehr. Und wir haben daraus Nachrichten gemacht, wie die Welt aussehen könnte, wenn soziale Bewegungen und ökologische Bewegungen tatsächlich mehr Einfluss haben. Es war eine Welt, in der Opel in Belegschaftshand war und tatsächlich Straßenbahnen und Busse hergestellt hat, statt Autos für den Individualverkehr. Es war eine Welt, in der Klimasünder systematisch zu Kasse gebeten wurden. Jeder, der neue Pipelines oder Kohlekraftwerke auf den Weg gebracht hat, musste sich vor Gericht verantworten und vieles mehr. Es war eine Vision, wie die Welt aussehen könnte, um den Leuten Mut zur Veränderung zu machen. Ja, genau. Auf der Zeitung stand das Datum 1. Mai 2010 und wir haben sie 13 Monate vorher verteilen können. Und was ist dann passiert? Also, was erinnerst du dich noch? Hat die Zeit reagiert? Also die Originalredaktion? Haben andere Medien sich dafür interessiert? Ja, allerdings. Also zunächst mal muss man sagen, dass man in den Tagen und Wochen danach an die 300.000 Exemplare, ich glaube, unter die Leute gebracht hat. Also enorme Mengen. Die Attackgruppen waren wirklich auf Zack, haben überall in Fußgängerzonen und so verteilt. Das war dann am Abend im Heute-Journal sehr groß. Das war quasi in allen großen Online-Medien, Spiegel und so weiter, war es drin. Auch Giovanni Di Lorenzo reagierte schnell. Er hat relativ cool reagiert auf die Frage, ob er das jetzt eine Anzeige gibt und das juristisch verfolgt werden muss. Weil es war ja ein Plagiat, hat er nur gesagt, sehr gut gemacht. Und dann hat er uns tatsächlich, Jutta und mich, zu einer Blattkritik eingeladen. Das machen die jeden Freitag. Da sind normalerweise so Leute wie Bundesfinanzminister und Porsche-Vorstände und so. Und wir wurden also eingeladen, das Blatt zu kritisieren. Und wir haben dann tatsächlich auch Kritik an bestimmten Verflechtungen der Edelfedern und des Top-Journalismus mit der Finanz- und Politik-Elite kritisiert. Das war eine sehr spannende Sitzung. Ich erinnere mich an eine sehr lustige Episode damals. Ich hatte einen Radioreporter, der wollte wissen, was ist da passiert. Und ich habe ihm dann gesagt, ja, wir haben das layoutet, wir haben das gemacht und wir hatten einen Etat von 10.000 Euro. Und dann hat er sich bedankt, hat aufgelegt und fünf Minuten später ruft er an und sagt, mein Chefredakteur sagt, ich soll nachfragen. Sie wollten doch 100.000 Euro sagen, oder? Das hätte ich nochmal eine Frage auch an dich, Fabian. Wie ist es gelungen, das Ding auf die Beine zu stellen? Weil Attac ist ja keine Zeitungsredaktion. Ja, uns ist es gelungen, weil Attac einen recht guten Ruf hatte und gut connected war. Aber auch mit Journalisten, Harald Schumann hat zum Beispiel für uns geschrieben, Daniela Dahn, Heribert Prantl. Und es ist uns also gelungen, einige gute investigative Journalistinnen und Journalisten einzubinden und natürlich auch einige Attacys, die sehr viel Expertise haben. Es war manchmal nicht leicht, die Leute von dem Format des Blattes zu überzeugen. Das war eine neue Art zu schreiben, nicht ironisch, sondern ernst gemeint, aber schon auch mit Witz, sich eine andere Zukunft vorzustellen. Und da braucht man sehr viel Imagination. Man berichtet also nicht über die Machenschaften der Mächtigen und über die Vergangenheit, sondern über eine Zukunft. Und das war für viele Schreibenden, glaube ich, teilweise eine Herausforderung, aber auf jeden Fall auch ein großer Gewinn. Das glaube ich auch. Auf jeden Fall ist es ein Fall gewesen, wo Attac so etwas wie Visionskompetenz bewiesen hat. Also es haben sich Leute zusammengetan und diese Zeitung hat, glaube ich, auch deshalb großes Medienecho erfahren, weil es ziemlich gut getan hat, mal zu sehen, hey, was würde denn passieren, wenn nur 13 Monate wirklich Weichen absichtlich, willentlich und konsequent umgestellt werden. Danach war noch nicht Paradies. In der Zeitung ist nicht Paradies vorgestellt worden, oder? Nein, wir haben mal realistische Pfade aufgezeigt, die tatsächlich innerhalb von ein paar Jahren verwirklichbar werden. Und man sieht ja, man kann eigentlich viel mehr machen. Wir haben auch globale Perspektiven entwickelt, zum Beispiel, dass eine Weltwährung auf dem Weg ist, wie die Keynes schon in den 40er Jahren angedacht hat. Ein Bancor, der also die Handelsdefizite zwischen Nord und Süd langfristig beseitigen kann. Also viele Visionen, die tatsächlich seit Jahrzehnten da sind, einfach konkret in die Tat umgesetzt. Es war also keine Utopie vom Typ, was könnte man alles machen, wenn ich König von Deutschland wäre, sondern was sind reale Pfade für eine tiefgreifende Transformation? Super. Ich freue mich sehr, dass Fabian jetzt hier noch in der Leitung bleibt, denn es geht jetzt gleich weiter mit dem nächsten Punkt und wir machen das noch weiter mit diesen Zeitsprüngen und den Zukunften. Ich muss noch eine Anekdote loswerden. Kurz nachdem unsere Zeitung verteilt worden ist, waren die Yes-Men mal wieder in Berlin bei einem Kongress. Und ich bin stolz, wie Oskar zu denen hingelaufen hat, denen unsere Zeitung präsentiert und habe gesagt, guckte mal, wir haben 350.000 Exemplare verteilt, aber leider immer noch nur ein Drittel von dem, was ihr verteilt habt. Wir haben überall hier in Europa verfolgt, dass eine Million Zeitungen der Yes-Men rechtzeitig auch mit dem Zukunftssprung und vor der Wahl des damaligen US-Präsidenten verteilt worden sind. Und da hat er sich erst mal schlapp gelacht und hat gesagt, ja, Attacke ist auch reingefallen. Wir haben nur 50.000 produziert. Man kann ja sagen, dass es mehr waren. Okay, Zukunftssprünge. Jetzt sind wir zwölf Jahre weiter im Jahr 2021 und wir haben zwei, vor allem zwei Zukunftssprünge heute in den Nachmittag noch hineingeholt. Der eine kommt aus der Friedensbewegung. Das finde ich sehr, sehr schön, weil Attacke immer schon auch oder einfach von der Gründungsgeschichte und Vorgeschichte ein Stück in der Friedensbewegung wurzelt. Für mich war die Friedensbewegung schon alt, als Attacke noch ganz, ganz frisch war. Und jetzt ist es die Friedensbewegung, die 20 Jahre später für uns, mit uns noch ein Zukunftshopser anbietet. Wir haben nämlich von der IMI in Tübingen gleich ein Video. Da seht ihr und hört ihr Claudia Heidt und Jürgen Wagner. Die beiden machen einen Zukunftssprung, beziehungsweise Claudia macht Zukunftssprünge zum Thema Frieden, Militarisierung, Krieg und das Gegenmodell dazu. Und Jürgen untermauert das immer wieder nochmal mit tagesaktuellen Fakten. Ja, ich habe jetzt auch den Fabian wieder da. Das finde ich nämlich gut, weil das haben ja manchmal Zukunftsvisionen so an sich. Mir kommt das ganz schön groß vor, Fabian. Das ist irgendwie riesig. Ich glaube, es ist riesig wichtig, aber mal eben die Militarisierung auszubremsen und eine Kehrtwende bei der sogenannten Außen- und Sicherheitspolitik herbeizuführen, das ist ganz schön groß und mega riesig. Was ist denn, wie gehst du an sowas ran? Hast du ein Rezept oder eine Idee, wie man da als Bewegung auch einen Fuß in die Tür bekommen kann? Ja, also zunächst mal ist ja das, was uns durch den Klimawandel und durch die Biodiversitätskrise, die genauso schwerwiegend ist, ins Haus steht, sowieso ein enormer Wandel, den wir brauchen. Und wir müssen im Großen denken, think big, natürlich die Arbeit im Detail auch machen. Aber wir brauchen große Umbaupläne. Und dazu gehört eben, das haben die Kolleginnen von der INI ja auch schon angesprochen, ein Umbau der gesellschaftlichen Sektoren. Das Geld muss also in die zukunftsfähigen Sektoren fließen. Das heißt nicht in die Autoindustrie, nicht in die Flugzeugindustrie, auch nicht ins Militär, sondern in Branchen wie die Kultur, wie Bildung und Gesundheit und vieles mehr, was zukunftsfähig ist. Und damit, glaube ich, kann man tatsächlich auch sogar Mehrheiten organisieren, weil auch angesichts der Corona-Krise leuchtet ja vielen ein, dass man eine vernünftige Gesundheitsversorgung braucht. Wir haben einen Bildungsnotstand, viel zu wenig Lehrer in vielen Städten und so weiter und so fort. Und der Internationale Währungsfonds schätzt, dass die Staaten weltweit jedes Jahr die fossilen Energien, also Öl, Kohle und Gas mit 5000 Milliarden Dollar subventionieren. Also die Steuerzahler subventionieren die Zerstörung des Planeten. Und das müssen wir umkehren. Wir müssen das staatliche Geld in die richtigen Branchen schicken, wo tatsächlich natürlich auch viele gute Jobs, gut bezahlte Jobs entstehen können, wo man auch soziale Umverteilung machen kann. Das geht nicht anders. Der ökologische Umbau geht nur mit sozialer Gerechtigkeit zusammen und mit weniger Militär. Und dazu vielleicht noch eine ergänzende Zahl, wenn man sich nur mal den Kultursektor anguckt. Der deutsche Staat gibt 0,35 Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Kultur aus. Das ist ein Witz. Der Militäretat ist mindestens fünfmal so hoch und steigt. Also da ist sehr viel Spielraum nach oben, zum Beispiel ein 2-Prozent-Ziel, statt für das Militär, für den Kultursektor zu fordern. Und vieles mehr. Ich glaube, da kann man als Bewegung sehr gut punkten. Und vielleicht noch ein konkreter Punkt zu einer Sache, die angesprochen worden ist, nämlich der Atomwaffenverbotsvertrag, der tatsächlich in der UN ein ganz wichtiger Schritt gewesen ist, von 120 Staaten auf den Weg gebracht. Und es ist ein absoluter Skandal, dass die Bundesregierung sich weigerte, auch nur mit zu verhandeln. Das geschah auf Weisungen des Pentagons. Das Pentagon hat einen Brief geschrieben vor einigen Jahren an sämtliche NATO-Mitglieder. An diesem Vertrag handelt ihr bitte nicht mit. Und das ist ein Skandal, den man, glaube ich, auch immer wieder öffentlich machen kann, weil neben dem Klimawandel und der Biodiversitätskrise sind die Atomwaffen das, was unser Überleben am unmittelbarsten gefährdet. Also du hast dann, du weißt dann schon auch, du würdest auch als Aktivist auf einzelne Missstände hinweisen und dann sagen, hey Leute, das ist ein Skandal, das ist ein Beweis dafür, ein Beleg dafür. Und gemeinsam kämpfen wir für die große Transformation. Also ich finde, wir brauchen beides. Wir brauchen natürlich die Arbeit an den Details und an einzelnen Punkten. Aber wir brauchen auch große Bündnisse, um in Krisen wie der Corona-Krise oder der Finanzkrise vor zwölf Jahren als Bündnisse handlungsfähig zu sein. Weil in diesen Krisen, und leider werden wir wahrscheinlich mehr von diesen Krisen bekommen, Finanzkrisen, ökologische Krisen, weitere Pandemien, in diesen Krisen können wir nur als soziale Bewegung und kritische Zivilgesellschaft handlungsfähig werden, wenn nicht jeder sein eigenes Programm macht. Und deswegen glaube ich, ist es ganz wichtig, Bündnisse für kommende Krisen zu schmieden mit einem gemeinsamen Minimalprogramm, wo man dann handlungsfähig wird. Denn in der Krise wird sehr schnell sehr viel Geld ausgegeben und Weichen für die Zukunft gestellt. In der Corona-Krise wurde das Geld jetzt wieder für die Lufthansa, die Autoindustrie, die Digitalkonzerne und so weiter ausgegeben. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, vorbereitet zu sein auf die kommenden Krisen. Okay, ich glaube, das vertiefen wir gleich nochmal, Fabian. Aber ich möchte euch jetzt einmal nochmal akustisch in eine andere Welt entführen. Vielleicht gucken wir gleich nach dem Beitrag auch nochmal ein bisschen, was heißt das? Hier ist zum Beispiel zahlreiche Leute von der Attac-Gruppe Frankfurt im Saal. Was macht ihr denn in Frankfurt dann? Was kommt da auf die Banner? Was sind die Aktionsideen? Und wir haben auch bundesweit zugeschaltet über 60 Menschen, die gerade diese Abschlussveranstaltung mit anschauen wollen. Ich möchte euch jetzt in eine Hörwelt mitnehmen. Ich freue mich da sehr drauf. Ich habe selber mal Radio gemacht und finde das immer eine ganz großartige Form der Kommunikation. Die Idee ist beim Attac-Frühlingsratschlag 2019 ausgebrütet worden. Die Menschen dahinter nennen sich jetzt Audio-Utopistas. Und da arbeiten unter anderem mit der Ulrich Biermann, der Walter Gröhe, Margarete Steinrücken, Thomas Paff und Gerhard Klaas. Und die haben, ich glaube, die haben sich auch, also kennt ihr wahrscheinlich auch, das berühmte Buch von George Orwell 1984. Ja, ein ganz dystopischer Roman mit einer Gesellschaft mit Überwachung und Gehirnwäsche. Und die haben sich aber gesagt, okay, 1984, das liegt in der Vergangenheit. Wir sagen jetzt mal 2048, drehen vorne das Jahrhundert weiter und hinten die Zahlen um. Und dann haben sie eine Utopie gestrickt, wie so Eindrücke aus einer Lebens- und Arbeitswelt in 2048. Ton ab. Auch da kann ich euch sagen, wir machen mal Krach. Genau, auch da ist jetzt für die Leute zu Hause an den Computern im Chat der Link erschienen. Und ich frage jetzt mal, Carmen, was ist sonst so im Chat erschienen? Das haben ja auch ein paar Leute was getippt, oder? Ja, also ging gleich am Anfang los. Das ist der Peter aus Karlsruhe, der schreibt fleißig und er hat hier geschrieben und mit einer Frage geendet. Purzelbaum in die Finanzkrise, sind wir Attac, denn für die nächste Finanzkrise besser vorbereitet und gerüstet, wenn die kommt? Können wir auch Machtkommunikation oder setzen allein auf Aufklärung, was ja schon mal gut ist für die, die denkwillig und fähig sind? Setzen wir auf Glaube, liebe Hoffnung, bedauern wieder, wie ungerecht die neoliberale Welt doch ist? Das ist eine ganz schön knifflige Frage und ich glaube, die ist richtig wichtig. Hier sind auch noch Leute im Raum. Wenn jemand von euch die Antwort hat, ich freue mich auch, dass Fabian noch ein letztes Mal für uns da ist. Der hat vielleicht zu Peters Anmerkung auch eine Frage. Kriegt Attac eine Machtkommunikation hin oder ist Attac in einer, ich fange ja so ein bisschen nach einer Nische, was Peter geschrieben hat, in einer Nische, die Leute aufzuklären, die geduldig am Infostand stehen bleiben? Naja, also allein machen sie dich ein und Attac ist nicht groß genug und hat, glaube ich, auch in den letzten Jahren oder letzten zehn Jahren so ein bisschen an Expertise im Finanzbereich verloren, würde ich sagen. Ich stecke nicht so drin, aber auf jeden Fall glaube ich, dass wir mit weiteren Finanzkriegen rechnen müssen und darauf nicht nur als Attac, sondern als Zivilgesellschaft vorbereitet sein müssen. Das ist also ganz entscheidend. Finanzkriegen sind ja eigentlich auch Achillesfersen des ganzen Systems, weil dann müssen Regierungen wieder Steuergelder in die Hand nehmen und in der Regel wollen sie das dann an die Banken weiter verteilen und an die oberen zehn Prozent oder auch 0,1 Prozent. Und in diesen Zeiten gibt es also Handlungsfenster, um zu sagen, Moment, das Geld fließt jetzt in die sozial-ökologische Transformation. Und deswegen ist es ganz wichtig, darauf vorbereitet zu sein mit Expertise und mit Bündnissen. Ich will aber auch noch was zu dem tollen Beitrag von den Audio-Utters sagen, die tatsächlich was in Zentrum stellen, was ich glaube, ganz wesentlich ist für politische Arbeit heute, nämlich, dass wir die große Transformation, die wir brauchen, mit Lebensqualität verbinden. Tatsächlich kann man eine Welt zumindest im Kopf entwickeln und Pfade dafür beschreiben, wie eine radikale Umverteilung von den Superreichen zu den ärmeren Schichten, Investitionen in sinnvolle Tätigkeiten, in 20, 25 Stunden Stellen im Gesundheitsbereich, Bildung und so weiter, zu mehr Lebensqualität für die Mehrheit der Bevölkerung führt. Und auch die Autos aus den Innenstädten rauszuschmeißen, statt sie mit Elektro-SUVs zu fluten, bietet ja große Chancen für Lebensqualität. Die Kinder können wieder auf den Straßen spielen und vieles mehr. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend, gerade auch, wenn man sich den Wahlkampf im Moment anschaut, wo es wiederum um die Verzichtsdebatten geht, setzen sich die Grünen mit den anderen auseinander, ob jetzt 10 Cent mehr Schrittpreis irgendwie zumutbar ist und so weiter. Das ist genau der falsche Weg mit kleinen Einzelmaßnahmen, sondern man muss ein großes Bild entwerfen und die konkreten Schritte dazu benennen können. Und dieses große Bild brauchen wir auch, plus die Expertise, um in Fall künftiger Krisen wirklich glaubwürdig interventionsfähig zu sein. Ich habe immer den Eindruck, es ist ein Dreiklang mindestens, also das große Bild. Deswegen haben wir jetzt auch zweimal, hier hat jemand im Chat geschrieben, Dreamtime, wir haben zweimal absichtlich ein kleines bisschen in die Zukunft gesponnen und auch etwas rosa aufgemalt. Wenn dieses Rosa nämlich eine Energietankstelle für uns ist und wir dann ein positives Bild vermitteln, dann bekommt es einen ganz eigenen Wert. Und Bündnisfähigkeit, Zusammenkommen, dass wir nicht alleine bleiben, das hat Fabian auch gesagt. Ich finde aber auch immer noch mal die verdammt schwierige Frage, die würde ich dir ganz persönlich stellen, Fabian, weil musst du nicht so allgemein sagen, aber wie machst du das angesichts der wahnsinnig vielen und auch wahnsinnig großen Themen und Krisen? Wie entscheidest du dich selber, wo du deine Kraft hineinsteckst? Wann nimmst du ein Projekt an und powerst da los und wann lässt du es bleiben und hoffst, dass andere sich der Sache widmen? Das ist eine sehr schwierige Frage, denn oft ist es eigentlich auch, von meiner eigenen Motivation abhängig. Es ist sehr schwierig, nur vom Kopf zu entscheiden, das ist jetzt wichtig und da stecke ich meine Energie rein, weil das Herz muss eben auch dabei sein. Das ist eben ganz entscheidend. Und der nächste Punkt ist, wer ist überhaupt noch mit dabei? Und das war bei Attac für mich eine ganz wesentliche Erfahrung, dass meine Mitstreitenden mich extrem inspiriert haben und dass bestimmte Konstellationen von Mitmenschen eben auch neue Ideen generieren und einen auf ganz neue Ideen bringen, wie auch das Zeitplagiat. Das ist aus einer relativ kleinen Gruppe von Menschen entstanden und viele andere Projekte in Attac, die Wasserprivatisierung in Berlin rückgängig zu machen, das war eine relativ kleine Gruppe, aber von Leuten, die sich sehr gut verstanden haben, auch bestritten haben natürlich, aber die sozusagen zu Brutzellen von neuen Ideen wurden und das brauchen wir auch. Okay. Ja, ich glaube, damit kann ich einiges anfangen. Ich habe bei Attac benutzen wir oft, ach, warte mal, ich habe jetzt sogar ein Requisit dabei. Bei Attac benutzen wir bei vielen Arbeitstreffen oder so den Begriff, wer nimmt denn jetzt den Hut auf? Also, man hat eine Idee, man diskutiert und wer nimmt jetzt den Hut auf, dass die Abschlussveranstaltung für die Sommerakademie passiert oder dass die Demo zur IAA schön groß und bunt wird. Und dann wird diese Person gesucht oder eine Kleingruppe, die sagt, wir machen das. Und die machen dann für Wochen oder Monate auch nichts anderes. Und das ist irgendwie immer auch ein bisschen schmerzhaft, weil in der Zeit geht da nichts mehr anderes. Aber meine Erfahrung ist, dieses Festbeißen lohnt sich. Dieses sich entscheiden und wenn es nur für einige Monate ist, da mal voll reingehen in ein Thema und auch in die Auseinandersetzung. Dann wird es nämlich oft auch erst spannend, wenn es gelingt, an einem Punkt vielleicht auch mal die GegenspielerInnen vor sich herzutreiben und nachzulegen. Und als Attac zum Beispiel, über die mit der, unserer Gründungsforderung der Finanztransaktionssteuer, ist das eine Phase gelungen, wo immer wieder klar war, wo das Thema aufkommt, Attacke sind schon da und bohren wieder nach. Es müssen nicht alle sein. Es sind andere Themen gleichzeitig bei Attac stark und wichtig gewesen. Aber eine Gruppe hat sich dafür entschieden. Und diese Entscheidung wünsche ich Attacke auch noch häufiger, glaube ich. Hast du noch was im Chat? Ja, sieht man mir an. Du siehst so aus. Ich möchte hier noch eins einbringen. Und zwar, als das Hörstück lief, ist so ein bisschen, ist ein bisschen mehr passiert im Chat. Und was da wichtig ist, ist die Debatte darüber, wie viele Kriege eigentlich geführt werden in unserem Land. Und der Andreas schreibt, eigentlich werden in mehrfacher Weise Kriege geführt. Ein Krieg gegen die Natur, Biodiversität, ein Krieg gegen Flüchtlinge, ein Krieg gegen die Ärmsten der Armen, Kriege, Bürgerkriege, Interventionskriege, asymmetrische Kriege, Kriege, Umrufstoffe, Kriege gegen Terror und Drogenkartelle. Ich weiß, das ist jetzt echt hart, das alles aufzuzählen. Aber darauf gab es auch einige Reaktionen. Kriege der multinationalen Konzerne gegen die Menschenrechte. Also da bricht man ja fast zusammen. Und ja, das war ihm wichtig und anderen auch hier, das nochmal zu erwähnen, wie groß eigentlich die Aufgaben sind. Die Aufgaben sind richtig groß. Aber ich habe auch schon mit Freundinnen und Freunden am Lagerfeuer gesessen und wir haben gesagt, warum ist die linke Bewegung, die linken Aktivistinnen eigentlich immer so negativ? Die Gründe sind da. Ich will davon nichts verniedlichen. Aber ich glaube, wir müssen so eine gesunde Schizophrenie entwickeln, dass wir einerseits sagen können, es ist verdammt schlimm, die Situation. Aber wir ändern auch was. Beziehungsweise wir stoßen was an, wir erreichen Herzen und Köpfe und wir streiten darum, es lohnt sich. Und dann ist es auch wichtig, mit den Mitstreiterinnen immer wieder zu gucken, wie können wir das, was wir erreichen, was wir bewegen, auch gemeinsam feiern und zeigen. Ist eine große Kunst. Der Zukunftsforscher Robert Jung, der hat mal davon gesprochen, dass alle Menschen, die sich in Bewegung engagieren, eine brennende Geduld brauchen. Und das finde ich geil. Und wir brauchen auch natürlich Wege, wie wir zu Entscheidungen kommen. Ich freue mich jetzt auf unsere nächste Gästin und ich sage dir, lieber Fabian, allerherzlichsten Dank. Toll, dass du da warst und mitgedacht hast. Fabian macht gerade Urlaub, hat sich aber zugeschaltet. Das finde ich ganz, ganz großartig. Und jetzt schalten wir nämlich gleich Mona Hofmann dazu.